Mit dem Warlack-File quasi kannst du über die ganze Map dich Leute spotten. Also ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich... Es gibt keine Skyboxen. Du kannst Smokes, wie du willst, über die Himmel, über die ganze Map. Aber da wird es noch interessante Fixpunkte auf jeden Fall geben. Allerdings. So, liebe Freunde, einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite und willkommen zum ersten Valorant-Podcast. Das Ding, das soll jetzt wöchentlich kommen. Und euch so ein bisschen über die neuesten Vorkommnisse in der Welt von Valorant und alles drumrum informieren. Und dann, heute habe ich mir direkt dementsprechend zwei fantastische Gäste eingeladen. Also Gäste, die man wahrscheinlich der eine oder andere von euch kennt. Nämlich auf der einen Seite den lieben Sola und... Jetzt habe ich noch den falschen Namen. Hallo Kalle, grüß dich! Hallo! Ey, hallo! Wunderschön! Mein Name ist Nico Link. Ja, das kann mich Gott sei Dank in der Nachbearbeitung noch mal ändern. Ganz kurz zu euch, Sola. Für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen sollten. Wer bist du eigentlich? Was machst du hier? Also, ich habe mich jetzt auch kürzlich vertraglich bei Cloud9 als Valorant-Profi eingetragen. Werd da für die erstmal international die ganzen Turniere... Nein, Spaß. Ich spiele League of Legends mehr oder weniger gut. Mach das jetzt schon ein paar Jahre, castet den ganzen Rums über Freaks. Und ja, dadurch auch ein bisschen mit Valorant in Kontakt. Counter-Sac habe ich auch schon viel gespielt. Wie du schon vorhin gemeint hast, ich bin quasi die Zielgruppe von Valorant. Riot-Fanboy und ich mag auch Shooter. Das heißt, du hast auch in CSGO die eine oder andere Stunde verbracht? Joa, kann man so sagen. Kann man so sagen. Gut, du durftest auch die letzte Woche quasi am Playtest teilnehmen. Das heißt, du wirst uns besonders viel Input geben von der Seite des momentanen Valorant-Spielerschaft. Dankeschön übrigens auch schon. Für die Follows werde ich dir heute nicht alle durchgehen. Bitte nicht wundern, was das angeht. Und dann haben wir noch jemand anderen hier. Das ist natürlich nicht der Kalle, das wird jetzt gerade noch mal geändert. Sondern der gute Venom. Venom, dich kennt man größtenteils von Nine Time Damage, richtig? Ja, größtenteils von Nine Time Damage. Davor war ich selber Aktivspieler in der höchsten deutschen Spielklasse. Damals noch EPS, heute ESL-Meisterschaft. Hab da so ein paar Seasons 1.6, aber auch CSGO gespielt. Und dementsprechend natürlich auch eine sehr große Affinität zu E-Sport-Titeln und vor allen Dingen auch zu Shootern. Und deswegen ist Valorant für mich natürlich ultimativ geil, um da mal genau hinzu. Also du bist gehypt ohne Ende, wenn ich das so... Yes, yes, yes. Keine Frage. Und sonst bin ich krass da. Also Nine Time Damage für die, die es nicht kennen. Ich bin halt Moderator für Counter-Strike. Und ja, ist einfach genau mein Steckenpferd. Ähm, du? Bist du auch den Zugang bekommen? Äh, ja. Tatsächlich. Haben wir bekommen. 18.30 Uhr war ich schon auf allen Streams. Hab die 16 mal refreshed. Wirklich wie bei solchen typischen Glücksspiel-Buttons. Überall nochmal geklickt und gedrückt und geschrieben und gemacht. Und am Ende hat es gewirkt. Ich habe es dann nach, ich glaube, zweieinhalb Stunden oder so gekriegt. Und dann war für mich wirklich, als wenn ein Sechsjähriger kurz vor Weihnachten. Also ehrlich, ey. Das glaube ich dir. Also der Hype ist auf jeden Fall da. Sola, du durftest ja schon ein bisschen spielen. Was war bis dato dein bester Moment in Valorant? Pff, mein bester Moment? Ich würde sagen, so den... Einen besten Moment gab es gar nicht. Es hat einfach mega Bock gemacht. Das ganze Wochenende war mein bester Moment. Wie viel Spielstück hast du mittlerweile drin? Geschätzt? Boah. Ich habe, glaube ich, so 20 Games gemacht. Wie viele Stunden hat ein Wochenende? Ne, wir hatten ja leider nicht das ganze Wochenende. Die Server sind nachts immer runtergefahren. Da musste man dann immer so ganz taurig ins Bett gehen. Aber konnte sich dann am nächsten Tag darauf freuen. Glaube ich dir. Gut. Da haben wir das Runtime Product Placement einmal ganz kurz gezeigt. Jetzt hast du ja einige Stunden spielen können. In deinen YouTube-Videos habe ich ja auch gleich einen kleinen Clip vorbereitet. Größtenteils Sova und Jet gespielt. Wir gucken einmal ganz kurz in den Clip rein. Vielleicht auch einer seiner besten Momente übrigens. Und dann schauen wir übrigens auf die Agenten. Was ist sein Lieblingsagent? Beziehungsweise hat man überhaupt schon einen Agent? Wie kristallisiert sich raus, ob wer OP oder nicht OP ist? Wir gucken rein. Alle blühen! Ach, da waren vier Leute vielleicht! Oh, what? Das war ja komplett insane. Oh! 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 Was wir gesehen haben, ist ein sehr, sehr glücklicher Sola. Ich glaube, mit Jet war es an der Stelle. Ich meine, man hat schon einige Highlight Plays gesehen. Teilweise auch von Shroud mit dabei, auch mit Jet. Dein Liebling bis dato? Ja, also Jet macht schon mit am meisten Bock. Ich glaube, das liegt aber auch daran, es gibt ja quasi wirklich verschiedene Arten von Agents, die verschiedene Aufgaben erfüllen. Mhm. Zum Beispiel Brimstone ist ja mit den Smokes am Start und halt sehr Utility-lastig, während halt Jet in der Hinsicht ein egoistischer Agent ist, der halt quasi nur Fähigkeiten hat, um im Combat sozusagen Vorteile zu bekommen. Und ich glaube, dadurch, dass man halt das Spiel noch nicht so durchgespielt hat, sag ich mal, ist es einfacher mit den Helden, die quasi im Kampf Vorteile haben, wirklich gut zu spielen. Ich habe halt gemerkt, gerade am Anfang mit den ganzen anderen Helden, wo du halt wirklich versuchst, Utility für dein Team aufzubauen, ist es halt schwieriger, wirklich so die Fähigkeiten gut zu nutzen und sie nicht so zu nutzen, dass du dich am Ende selber tötest, weil du halt versuchst, eine Fähigkeit zu benutzen. Deswegen hat mir Jet so mit am meisten Spaß gemacht. Phoenix auch. Der hat halt auch quasi hauptsächlich Combat Space und das waren so bisher meine Lieblingshelden, ja. Die Frage, die sich, glaube ich, vielen stellt, besonders wenn man es noch nicht gespielt hat, ist, wie wichtig ist Teamplay wirklich? Ist es so, dass besonders in den ersten Stunden eigentlich am besten die Wahl auf einen Agenten, heißt es ja, fällt, der ja egoistisch ist, wie zum Beispiel du eine Jet gerade gesagt hast oder vielleicht auch sogar ein Sova, aber der geht wahrscheinlich in diese Scout-Richtung. Oder ist es da wichtig, wirklich direkt von Anfang an fürs Team zu spielen? Was war dein Weg zum Erfolg? Ich glaube, das kommt komplett darauf an, wie man das Spiel angeht. Also das ist halt das Schöne. Du kannst halt das Spiel auf viele verschiedene Wege über die Agents spielen, aber das muss man auch nochmal betonen. Also das Gunplay ist halt trotzdem mit Abstand das Wichtigste. Also du kannst auch theoretisch mit jedem Helden ohne eine Fähigkeit zu benutzen eine 30er-Bombe raushauen. Also wahrscheinlich wird das auf Dauer dann ein bisschen schwieriger und ich denke schon, dass das Teamplay sehr, sehr wichtig ist, weil es halt... Also man muss es einmal wirklich mit Counter-Strike vergleichen. Man kann in Counter-Strike auch alleine rumrennen und einfach die ganze Zeit B-Rushen, alle töten und wenn du halt gutes Aim hast, funktioniert es. Aber sobald die Gegner irgendwann ein bisschen besser werden, kriegst du halt die Molly ins Gesicht und dann passiert halt nicht mehr so viel. Also ich glaube, das hängt halt dann auch von dem individuellen Skill ab gegen die Leute, gegen die du spielst. Und desto länger das Spiel draußen ist, desto wichtiger wird Teamplay werden. Aber so insgesamt ist es schon sehr, sehr essentiell. Ist halt ein Tactical-Shooter. Ist ein Tactical-Shooter. Apropos Teamplay. Ich habe auch mit Venom schon so vorab ein bisschen geredet, besonders auch da im Gespräch über die Agenten. Hast du ein, zwei rausgestellt, die für dich, auf jeden Fall nachdem es aussieht, mit am wichtigsten fürs Team sind? Auf jeden Fall. Und da muss man auch genau sagen, die Frage, wer ist der Lieblingsagent und wer ist der stärkste Agent? Das sind glaube ich auch noch zwei große Punkte, die man wirklich unterscheiden muss. Für mich momentan aus der Ferne betrachtet und auch von dem, was ich gesehen habe, Sage und Brimstone, für mich zwei elementare Helden, die in jeder Konstellation drin sein müssen. Das ist zumindest jetzt, was ich jetzt aus der Ferne sagen kann. Warum Sage? Sage hat einfach die Möglichkeit, sehr viele Informationen zu sammeln. Diese Eisfläche gibt einem die auditive Wahrnehmung. Das heißt, es ist nicht nur eine Molotow, die einen bestrafen kann, indem man Damage bekommt. Nein, bekommt man nicht. Man wird geslowt und man wird natürlich gehört. Das heißt, du kannst Bereiche ganz klar abgrenzen und sagen, ich weiß vor allen Dingen wegen dem sehr guten Sound, im Valorant, da kommt jetzt jemand, kann also genau ausschließen, mich auf etwas ganz anderes fokussieren, was extrem stark ist. Die Wall bietet Möglichkeiten, auch etwas abzudichten in Kombination mit Brimstone. Du grenzt Leute ein in einem Bereich, kannst dann die Brimstone-Ulti nutzen, kannst dann eine extrem gute Synergy herstellen und machst dann passend Damage. Und vor allen Dingen hast du dann auch noch die Möglichkeit, irgendwo rüber zu peaken. Also du kannst dich selbst mit dieser Wall auch noch boosten. Machst du dann in einer Eko beispielsweise, stellen sich drei nebeneinander, machst du diese Wall hoch, auf einmal kommen hinter einer Kiste drei Köpfe hoch und dann kannst du mit der Piste arbeiten. Also ich habe mir da schon sehr viele Szenarien in meinem Kopf vorgestellt. Aber insgesamt diese Synergy, Sage und Brimstone zusammen, Brimstone für mich gerade der stärkste. Das ist quasi wie der Commander-Modus in anderen Spielen. Du hast gerade auch schon gesagt, du hast dir schon unglaublich viele Gedanken gemacht. Das ist übrigens eine Sache, die wir noch am Ende des Podcasts besprechen wollen. Das heißt Wünsche und Vorstellungen, die wir für die Zukunft quasi nochmal dabei haben. Jetzt haben wir so die Agenten zum Großteil durchgegangen. Du hast gesagt Brimstone, Sage wahrscheinlich ziemlich, ziemlich stark. Sola hast du da. Es sind natürlich sehr, sehr teamorientierte Agenten. Wie haben die den Eindruck oder was für den Eindruck haben die in der Beta gemacht oder in der Alpha? Ja, also wie schon erwähnt, ich glaube, dass diese Utility, diese teamorientierten Agents, dass die auf jeden Fall, wenn die Leute besser in dem Spiel werden und es besser verstehen, nochmal wichtiger werden. Aber schon jetzt war gerade Sage schon eigentlich super essentiell. Es ist halt die einzige Möglichkeit im Spiel, sich irgendwie zu heilen mit Ausnahme von Phoenix, der sich selber heilen kann. Das ist auch strong. Revive natürlich auch sehr, sehr stark. Aber auch die, wie Werner schon angesprochen hatte gerade, die Wall, die ist halt das längste Zoning-Tool im ganzen Spiel. Also die hält halt gefühlt eine Minute und die musst du auch aktiv kaputt schießen. Gibt es Wallbangs da durch? Oder hält sie wirklich alles an? Das weiß man nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht durch Wallbangen kannst, tatsächlich. Das heißt, es ist nicht eine normale Wand, die du durchschießen kannst, selbst mit einer Orbit, wie heißt sie? Also du kannst die halt kaputt schießen, aber du musst die halt einfach aktiv durchschießen. Das heißt, du kannst halt wirklich auf jedem beliebigen Spot einen Eingang komplett wechseln und die Gegner kommen halt nicht durch, außer sie spielen zum Beispiel Jet. Also da ist auch wieder das Counterplay dabei, Jet kann halt einfach über die Wand rüberboosten. Aber ist auf jeden Fall mit am stärksten. Auch hier, wie heißt der? Omen sah auch sehr, sehr stark aus. Kann er da durch die Wall potenziell? Also kann er sich durch die Wall teleportieren? Ich... Mit der Ultimate wahrscheinlich schon, weil du da so... Mit der Ulti-Safe. Mit der Ulti auf jeden Fall. Mit der Ulti auf jeden Fall. Wenn die quasi ohne Vision haben zu müssen, eine gute Smoke werfen können. Und der TP ist halt... Der ist halt insane. Also ich denke, dass das so mit die stärksten Helden sind. Am schwächsten sah bisher Viper aus. Also ich weiß nicht, ob sich das noch ein bisschen legen wird. Weil sie hat halt auch theoretisch sehr viel Utility-Potenzial. Mhm. Aber irgendwie... Sie kann halt nicht so richtig gut. Also die sah bisher mit am schwächsten aus. Aber ansonsten halt die ganzen Combat-Helden. So Jet, Phoenix. Die sind natürlich auch super strong. Weil das halt einfach die besten Initiate sind. Also ich glaube, so ein guter Mix wird am Ende sehr, sehr entscheidend sein. Ich denke nicht, dass es den einen Agent geben wird, der die ganze Runde immer carriert. Sondern es hat dann so diese Mischung, die es macht. Lass uns einmal ganz kurz auf Sage zurück. Besonders auf die Wall, die ja ein, denke ich mal, sehr, sehr großer Faktor sein kann. Besonders in defensive Haltung. Oder um halt ein Backdoor vom Gegner zu verhindern. Wie schwer ist diese zu zerstören? Du hast gesagt, man muss diese zerstören, um vorbeizukommen. Aber wie schwer ist denn das? Fällt die nach drei Kugeln um oder bleibt die da dauerhafter? So ein halbes Magazin musst du schon reinballern. Also so 10, 10, 15 Schüsse. Also die ist schon ordentlich tanky. Das heißt, du merkst definitiv, wenn da jemand gegen schießt hinter dir. Ja, 100 Prozent. 100 Prozent. Also da hast du mehr als genug Zeit zu reagieren. Okay. Wir hören, es klingt momentan ziemlich, ziemlich fähigkeitenlastig. Dazu hat aber Trillux auch ein Video gemacht, wo er einen kleinen Part hatte, wo er genau darüber spricht, nämlich über diese essentielle Frage. Ist das Ding eigentlich eher in Richtung Overwatch oder Counter-Strike? Und da hören wir einmal ganz kurz rein. ... und komme inzwischen schon auf 9500 Spielstunden. In dieser Videoreihe werde ich viele Vergleiche und Parallelen zu Counter-Strike ziehen und das Spiel hauptsächlich aus der Sicht eines Counter-Strike-Spielers bewerten. Wir gehen später noch im Detail auf Einzelheiten ein. Zuvor möchte ich aber noch kurz sagen, dass das Spiel nach dem Alpha-Gameplay-Video von Riot Games für viele von euch, wie auch mich, auf den ersten Blick wie ein Overwatch 2.0 aussah und ziemlich überladen gewirkt hat. Nach den drei Tagen Playtesting kann ich aber sagen, dass das Alpha-Gameplay-Video aus Sicht der Counter-Strike-Community alles andere als klug gewählt war, da eine normale Runde in Valorant deutlich aufgeräumter und sauberer aussieht, als es das Alpha-Gameplay-Video vermuten ließ und das Gunplay viel viel stärker und wichtiger ist als die Fähigkeiten der Charaktere, was so aus dem Alpha-Gameplay-Video von Riot aber überhaupt nicht ersichtlich war. Ich selbst war auch super skeptisch und bin mit der Erwartungshaltung an Valorant rangegangen, dass es sich hier um vielleicht 70% Overwatch und 30% Counter-Strike handelt. Nachdem ich nun aber rund 25 Spielstunden in den ersten drei Tagen gesammelt habe und gesehen habe, wie schwer sich besonders die Overwatch-Spiele am Anfang mit dem Gunplay und den Mechanics getan haben, auf der anderen Seite aber sehen konnte, wie viel souveräner Counter-Strike-Spieler wie God Bee, Speedy, Sonics oder Nuki mit dem Spiel klargekommen sind, ist das Spiel für mich viel mehr 90% Counter-Strike und vielleicht 10% Overwatch. Mit dem Hauptunterschied in der Grafik und dem Austausch von Utility... So, ganz kurz zusammengefasst, 90% Counter-Strike, Gunplay viel viel wichtiger, 10% Overwatch. Kannst das so bestätigen? Ja, kann ich eins zu eins so bestätigen. Also, ich würde wahrscheinlich... Man hat halt den Vergleich zu Overwatch, weil es halt Fähigkeiten sind. Aber an sich hat das Spiel nichts, aber wirklich gar nichts mit Overwatch zu tun. Außer, dass es halt Fähigkeiten gibt. Auch wie du die Fähigkeiten benutzt, was die Fähigkeiten machen... Klar, jetzt mal den Hanso-Verschnitt ein bisschen außen vor gelassen. Aber, also, das hat wirklich eigentlich gar nichts mit Overwatch zu tun. Da stimme ich Trilix ein bisschen zu. Diese Clips waren... War ein bisschen unglücklich gewählt, aber ich kann auch irgendwo verstehen, das ist halt so das Einzigartige. Also, wollten sie das auch ein bisschen zeigen. Aber jetzt mit dem Closed-Tester wird es, denke ich, jeden Skeptiker so ein bisschen überzeugter. Weil es ist halt wirklich Counter-Strike mit ein bisschen Fähigkeiten reingestreut. So muss man es wirklich fahren. Wenn du als jemand, der in der Counter-Strike-Community sehr, sehr funk hat, ist... Wie hast du denn das Gefühl, nimmt die Counter-Strike-Community das Spiel momentan auf? Boah, das ist ein sehr schwieriges Thema, muss man sagen. Also, auf der einen Seite sind natürlich viele froh. Es gibt verschiedene Aspekte. Einmal freut man sich, Konkurrenz belebt das Geschäft. Man hofft, dass Valve darauf reagiert und das eigene Spiel aufprobiert. Auf der anderen Seite sind natürlich auch viele hyped und sagen ganz klar, ey, ein neues Spiel, das möchte ich austesten. Dann wiederum hast du aber auch die ältere Generation, sage ich mal, so ab 30 plus, wo es halt in Counter-Strike auch viele gibt. Weil 1.6 gibt es schon, oder sagen wir mal, Counter-Strike gibt es schon seit 2001. Die sagen, das ist mir alles zu bunt, das ist mir alles zu schnell, das ist mir alles zu laut. Da finde ich aber, hat man, wie gesagt, den einen Spieler falsch gewählt. Wenn man aber aus der Counter-Strike-Sicht sich natürlich diese Abilities anguckt und sich denkt, was wäre, wenn ich diese Ability jetzt auf einem Pro-Niveau-Level in Counter-Strike hätte? Dann sind die schon saustark so zum Teil. Also zumindest informationstechnisch ist das ein extrem großer Vorteil. Und da wird sich auf der Pro-Szene natürlich noch zeigen, wie gut können sich die Counter-Strike-Spieler damit arrangieren. Ich persönlich habe richtig Bock. Vor allen Dingen, weil man halt schlussendlich genau die wichtigen Elemente zusammennimmt. Was neu ist mit den Abilities, mit dem alten System des Taktik-Shooters. Und das hat bisher Riot auch perfekt hingekriegt. Also zumindest aus der Sicht, was ich gesehen habe. Dann würde ich euch gerne einen kleinen Clip auch zeigen von Gopi. Gopi werden die meisten wahrscheinlich von euch kennen von BIG. Also das CSGO-Team wahrscheinlich mit Sprout. Was man im deutschen Raum auch auf internationaler Ebene kennt. Und der hat dazu ein sehr, sehr interessantes Statement während des Playtest-Reveals von sich gegeben. Einmal reingucken. Natürlich ist CS unsere Liebe, aber seitdem ich Valorant jetzt gespielt habe, hatte ich davor wieder so ein bisschen, weil man halt mehr Zeit hat, ne? Immer mal wieder CS gespielt, abends, weißt du, so ein bisschen gedaddelt, ein bisschen mit Freunden. Und seitdem habe ich kein CS mehr gespielt, muss ich sagen. Also Valorant ist auf jeden Fall, äh, hat denen auf jeden Fall schon ein bisschen Arschtritt gegeben, so in meiner Welt. Seitdem habe ich kein CS mehr gespielt, seitdem Valorant da drauf ist. Sola, wenn jemand, du kennst dich ja selber aus, du hast ja selbst eine relativ große Reichweite und eine große Community. Was hat das für einen Stellenwert von einer Community, wenn, ähm, so jemand so etwas sagt? Ich glaube, jetzt gerade, wo das Spiel halt noch nicht für alles spielbar ist, hat das schon eine sehr, sehr große Tragweite. Ich denke, am Ende muss sich halt jeder selber überzeugen. Ich finde, egal, was ein Spiel auf dem Papier alles kann, wer was sagt, es ist halt wichtig, dass die Leute, die es spielen, es enjoyen. Also, ich finde, am wichtigsten in einem Spiel ist einfach nur, dass es Spaß macht, dass es sich geil anfühlt. Das ist bei Valorant zwar der Fall, aber da muss sich halt jeder selber überzeugen natürlich später. Aber gerade jetzt, wo quasi noch so diese, diese Zuschauer alle am Zaun hängen, rübergucken und sich denken, ich würde auch gerne zocken. Da so einen Call zu bekommen, ist, glaube ich, nochmal, das schürt nochmal das Feuer vom Hype ordentlich hoch. Ähm, Venom, dein Eindruck von Goppi an sich, ist das jemand, der sich zu schnell hypen lässt? Ne, ne, absolut nicht. Also, der ist wirklich ein reflektierter Mensch. Der sagt auch ganz klar, wenn was Kacke ist, ist was Kacke. Der ist gnadenlos ehrlich. Also, wenn du mit dem spielst, kann er dein Leben innerhalb von zehn Sekunden zerstören, wenn du, wenn du die Meinung von ihm wichtig bist. Äh, 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 und, äh, ne, das ist ja auch genau der Faktor, ähm, was ja auch wichtig ist, was auch Trelux immer wieder hervorgehoben hat. Der hat keinen einzigen Cent dafür gesehen, ne, und hat sich in dieses Spiel hineingekniet und hat gesagt, ey, das macht so viel Bock so. Und das ist einfach genau der Faktor. Spiele müssen Spaß machen. Und wenn so jemand sagt, das macht Spaß und das hat auch Potenzial, wirklich sich da hinein zu fuchsen, dann glaube ich dem auf jeden Fall. Und, äh, das verstärkt einfach nur noch meine Meinung. Das ist genau, was Sola sagt. Wenn, man kann das noch so sehr hypen und auf dem Papier das und das schreiben, wenn es aber anders wirkt und es macht einfach keinen Bock und man hat es vielleicht so langsam, wenn er zu langsam oder was auch immer, äh, dann wird das auch im Endeffekt von niemandem gehypt werden. Aber das hat es einfach alles erfüllt und, äh, es ist gerade schwierig, wirklich negative Dinge da rauszufiltern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt, und jetzt lassen wir uns mal wirklich ans Eingemachte gehen. Jetzt ist nämlich die Frage, wir haben den Hype jetzt untersucht und es ist klar, jeder Hype dieses Spiel gerade enorm. Wir haben fast eine Million gleichzeitiger Zuschauer gehabt, über den Abend natürlich gesehen viel, viel mehr, die sich da um 50.000 Keys, oder beziehungsweise Zugänge, es sind ja keine Keys, liebe Freunde, ähm, äh, virtuell quasi die, 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 die Pobacken, ähm, lahm gesessen haben. Aber, was macht dieses Spiel denn eigentlich langfristig aus oder welches Potenzial hat es langfristig? Und das möchte ich gerne von zweierlei Perspektiven beleuchtet haben. Einmal von der Casual-Ebene und einmal von der E-Sport-Ebene. Wir haben ja gerade schon gehört, Sola hatte unglaublich viel Spaß dabei. Die E-Sport-Ebene ist aber natürlich eine ganz, ganz andere, weil sie mittelfristig und langfristig erstmal aufgebaut werden muss. Sola, vielleicht auch an dich die Frage, aus deiner Perspektive mit so viel Erfahrung im E-Sport, hat es überhaupt Potenzial, kompetitiv auf E-Sport-Ebene, auf größerer Ebene auch gespielt zu werden? Ja, also ich denke, es hat immenses Potenzial. Es spielt sich halt, wie gesagt, sehr, sehr ähnlich zu Counter-Strike und da muss man ja nur schauen. Also die E-Sport-Szene, die ist ja am, äh, florieren so. Und ich glaube, der große Vorteil, den Valorant halt hat, ist, dass es von Riot ist. So, das muss man, klar, es ist ein gutes Spiel, aber wenn das jetzt hier, äh, Superbox Games 92 released hätte, so, dann würde sich dafür wahrscheinlich niemand so krass interessieren. Und Riot hat halt eine Geschichte mit dem E-Sport. Die haben den E-Sport geformt, mehr oder weniger, die letzten Jahre mit, äh, haben immer noch mit das größte E-Sport-Spiel, was es gibt. Und das läuft halt, sie wissen halt, wie man E-Sport funktionieren lässt, haben da schon Vorerfahrung. Und ich glaube, allein deswegen hat das, äh, von der E-Sport-Sicht immenses Potenzial. Aber auch, naja, du kannst halt noch so gute Firma sein, wenn das Gameplay halt nicht dazu passt. So, ich persönlich finde zum Beispiel, dass, also mir ist Overwatch zum Beispiel zu viel zum Zugucken. So, ich habe Overwatch viel gespielt, ich fand das Spiel mega geil, aber ich konnte legit nicht zugucken, weil das viel zu viel auf einmal ist, viel zu bunt, viel zu unübersichtlich. Und ich glaube schon, dass das, äh, Valorant das Potenzial auch ein bisschen überwältigen, überwältigend der zu sein als Counter-Strike am Anfang. Mhm. Gerade, weil halt direkt am Anfang der Runde auf mehreren Ebenen viele Sachen passieren können. Aber ansonsten denke ich, dass es halt wirklich, äh, sich durchaus als E-Sport festigen kann und wahrscheinlich auch wird, wenn Riot nicht irgendwo noch tief ins Klo greift. Jetzt ist es gerade echt schade, dass ich einen Clip nicht vorbereitet habe von Summit, der gesagt hat, ähm, ins Deutsche mal übersetzt dabei, äh, bei Overwatch war immer das Gefühl bei jemandem, der sich nicht hundertprozentig damit auskennt, äh, das sind zwei Reinhards, die gehen aufeinander zu mit den Schilden, alle ballern da tausend Sachen drauf, leuchtende Kugeln, das Schild bricht und auf einmal drückt jeder sein Ultimate, bunte Sachen fliegen auf der einen Seite auf die andere Seite, irgendwer stirbt und dann hat hier ein Team gewonnen. Und auf der anderen Seite ein Clip, wo gesagt wurde, das sieht alles ziemlich langsam aus, aber ist das vielleicht auch genau der richtige Weg, äh, vielleicht an Venom an dieser Stelle? Absolut, also genau das Argument hätte ich jetzt gebracht. Bei, bei, äh, Overwatch kannst du teilweise mit Charakteren in fünf Leute reinspringen und überlebst gefühlt anderthalb Minuten. In, äh, Counter-Strike und vor allen Dingen auch in Valorant ist es so, dass du, wenn du gut aimst, einen sehr guten Shot setzt, dass der Spieler instant down ist. Und das ist kein Witz, eine ganz, ganz wichtige Komponente, die du in einem Ego-Shooter brauchst, denn gerade dieses Erfolgsversprechen, ich sag ja auch immer, man kann ja auch manchmal LOL und CSGO vergleichen, jeder so seine eigene Ebene. Bei, bei CSGO ist es mit einer Diegel gegen fünf full-equipte Leute, bist du in dieser Runde ultimativ krass, kannst du diese Runde jederzeit wegklatschen. Es gibt kein Snowballing etc. pp. Und, äh, das ist glaube ich auch etwas Wichtiges, was Valorant hat, dass du da auch mit gutem Aiming Spieler herausnehmen kannst. Klar, je professioneller und je eSport-lastiger das wird, desto eher ist es auch wichtig, dass man schnell bei Riot reagiert und sieht, okay, die und die Synergy zusammen ist ultimativ broke, die können wir so nicht lassen. Und, ähm, nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, etwas, was so erfolgsversprechend ist. Du als Spieler hast einen schnellen Erfolg, wenn du mal einen guten Klick setzt, das macht ultimativ Spaß, Adrenalin, Endorphine, alles wird ausgeschüttet und, äh, du bist nicht so sehr darauf fixiert, dass dein Team mit dir was macht, äh, und wie bei Overwatch halt, ich sag mal, ohne deinem Team bist du da ja wirklich komplett useless. Also zumindest ist das meine, meine, äh, Einschätzung da in diesem Bereich. Ich, 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 ich glaube auch wirklich, also halt diese, diese visuelle Komponente muss man auch immer echt hervorheben, wenn es um eSport geht. So, also, ich finde dieser Vergleich zwischen, zwischen Overwatch, League und CS ist, ist, ist ganz gut, weil das kann man so ein bisschen, finde ich, aufstaffeln. So, Overwatch ist halt, ich habe halt alle Spiele viel gespielt. Ich habe, glaube ich, auch bestimmt 500 Stunden in Overwatch oder so. Und Overwatch ist halt ultimativ unübersichtlich. Ich kann legit nicht verstehen, was abgeht, wenn ich Overwatch League gucke. Und das, obwohl ich nicht kacke in dem Game war und das verstanden habe, das Spiel. So, League of Legends, da muss man auch sagen, wenn du das Spiel nicht spielst, verstehst du auch nicht viel. Mhm. Du hast so ein paar Grundzüge, du siehst, okay, da ist ein Tower, dies, das, aber ist auch, sag ich mal, du musst das Spiel gespielt haben, um es zu verstehen, aber dann verstehst du es auch. Und Counter-Strike ist halt, finde ich, immer noch zum Zuschauen mit das ultimative Game, weil du, meine Mutter könnte jetzt Counter-Strike gucken und sie würde verstehen nach fünf Minuten, was abgeht so. Und ich glaube, dass sich Valorant halt irgendwo zwischen League of Legends und Counter-Strike ansiedeln wird. Wahrscheinlich sogar näher an Counter-Strike auf jeden Fall als an Valorant. Und das ist halt eine super Ausgangslage für dieses Spiel. Wir sehen im Hintergrund auch so ein bisschen, man kann nicht weiterhören, ein paar Highlights von Valorant, die über die letzten Tage mit gesammelt wurden. Das heißt, dieses langsame Gameplay, du sagst, ist auf jeden Fall eine absolut richtige Sache. Wir sehen es jetzt auch hier. Die Fähigkeiten an sich, wo ich teilweise das Gefühl habe, in einigen Highlights, wirken sehr, sehr gestaffelt und teilweise visuell auch ein bisschen überlastend. Das heißt, du hast da tausende von Smokes rumliegen, du hast da unglaublich viele, ja, die Sage, den Slow, du hast die Wall irgendwo. Macht das nicht teilweise auch einen sehr, sehr unkoordinierten Eindruck von der Map oder eher einen überfüllten Eindruck? Oder hattest du diese Sache gar nicht? Ach so, Entschuldigung. Mh, schon ein bisschen, ja. Also, ich verstehe, was du meinst. Wenn du jetzt halt, keine Ahnung, mit Brimstone drei Smokes auf den Spot ballerst, dann kommt noch eine Wall raus, dann dash noch Jet rein. Also, es ist schon, es kann ein bisschen überladen wirken, auf jeden Fall. Man muss aber auch bedenken, dass halt alle Leute, die das Spiel gespielt haben, es zum ersten Mal gespielt haben. Und natürlich geht es dann halt ein bisschen chaotischer zu. Niemand kennt die Spots genau, niemand weiß perfekt, was man gegen den Rush machen muss. Und das übt sich halt ein, so mit der Woche, mit den Wochen, die das Spiel gespielt wird. Also, ich denke schon, dass es ein bisschen, ähm, gerade wenn man dann halt einen guten Execute macht, acht, neun verschiedene Spates gleichzeitig nutzen, ein bisschen bunt wirken kann und auch ist. Mhm. Aber das wird sich dann halt zeigen, ob das in irgendeiner Form problematisch ist. Und da muss man halt auch nochmal hervorheben, Riot ist halt auch einfach eine Firma, die da reagiert, so. Wenn sie merken, okay, das ist eine Kritik, die wirklich weitgehend kommt von Leuten, die das Spiel spielen oder die das Spiel zuschauen, dann werden sie da halt auch gegensteuern, in welcher Form auch immer. Jetzt haben wir ja die kompetitive Seite vom Gameplay so ein bisschen, ähm, beleuchtet. Jetzt möchte ich aber auch auf einen technischen Aspekt noch eingehen, der, glaube ich, besonders für die, für die Kompetitiv-, also für diese eSports-Ader unglaublich wichtig ist, nämlich Cheats. Fabi, vielleicht könntest du mal ganz kurz erläutern, das größte Problem bei CSGO bis dato, äh, wenn es um Cheats ging, äh, Cheats ging, waren sowas wie Wallhacks. Was ist das genau? Ja, Wallhacks, du kannst durch die Wände schauen quasi. Dir wird, äh, durch ein Tool, ein Externes wird dir angezeigt, wo die Gegner sich befinden. Und wenn du die Infos hast, ist natürlich kaputt, so. Dann kannst du das ganze Spiel, äh, natürlich vergessen. Ich würde es noch nicht mal nur auf die, äh, eSport-Ebene posten, äh, pushen, denn auch in Casuals gerade da werden so viele Spiele abgeschreckt von wirklich Rage-Hackern, die da durch die Gegend fliegen und so. Und wenn das natürlich wegfallen würde, wäre es sehr, sehr viel wert. Äh, äh, den Ansatz, den der Riot gemacht hat, zumindest was den Wallhack angeht, äh, finde ich unglaublich stark, finde ich eine sehr, sehr schöne Idee und ich hoffe wirklich vom Herzen, dass das genauso funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Und, ähm, das wäre ein, also wirklich, das wäre ein Totschlagargument. Wenn man wirklich ein so starkes Anti-Cheat hätte, dass man sich da sehr, sehr sicher sein kann, dass nicht gemogelt wird, dann wäre das ein absoluter Vorteil gegenüber CSGO, wo es leider Gottes auch sehr viele Cheats gibt. Was für ein Zufall, ich hab da mal was vorbereitet. Nämlich der gute Onscreen, auch, äh, Streamer, äh, wer das Englisch nicht mächtig ist, äh, werden wir natürlich gleich auch nochmal übersetzen, hat, äh, genau zu diesem Anti-Cheat-Programm und wie Riot vor allen Dingen damit umgeht, mit potenziellen Wallhackern, äh, äh, diesen folgenden Clip uns gelief hat. Okay. One thing I will tell you about the Anti-Cheat, I don't know if he talks about it here, but, I'm allowed to tell you this. They have, like, a Wallhack resistance. They call it, like, a Fog of War. Which means, they, to combat Wallhacks, this, like, Fog of War system, it actually doesn't even render players' locations until just before Line of Sight happens. So, I don't know if you got it from a technical aspect, understand how actually amazing that is. The game, the server literally, the game literally does not even render the players' location until you just about get Line of Sight. So, what that means is, even if some cheaters get around Vanguard and managed to make a Wallhack, they couldn't. It's physically not possible. There's nothing to Wallhack, because the player's not even rendered. They're not even there. They use a similar system in League to combat map hacking. Also, kurz zusammengefasst. Ähm, Spieler beziehungsweise der Gegner wird auf der Map nicht gerendert, bevor er wirklich Line of Sight ist. Das heißt, bevor ihr ihn auch in eurer eigenen Perspektive seht. Und damit weiß euer eigener Computer im Endeffekt gar nicht, selbst wenn er einen Wallhack hätte, wo der gegnerische, ähm, Spieler sich befindet. Löst das das Problem? Da muss ich ganz kurz noch einhacken. Also, ich persönlich hab diese Information tatsächlich nicht bekommen oder nicht gehört. Also, weiß ich nicht. Vielleicht hab ich nicht alle Informationen. Das hab ich tatsächlich so nicht, ähm, ähm, bekommen. Kann sein, dass ich halt, wie gesagt, nicht 100% informiert bin. Was ich weiß, ist, und ich weiß nicht, ob da jetzt tatsächlich ich quasi fehlinformiert bin oder ob er das ein bisschen falsch interpretiert hat. Ähm, man hat ja am Anfang diese Wände, diese blauen Wände, bevor das Game losgeht. Mhm. Und bevor das Spiel, bevor die Byface verendet ist, da rendert gar nichts. Da kannst du auch niemanden irgendwo spotten oder so. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so ist, wenn das Spiel losgeht. Weil du hast ja trotzdem, äh, Fähigkeiten im Spiel. Ja. Die quasi die Möglichkeit haben. Auch Cross-Maps. Es gibt ja keine Skyboxe. Du kannst mit, äh, 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 mit dem, äh, Warlack-File quasi kannst du über die ganzen Maps hier die Leute spotten. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich... Also, es gibt keine Skyboxen? Du kannst Smokes, wie du willst, äh, über, über die Himmel, über die ganzen Maps. Ja, da wird's noch interessante Fixpunkte auf jeden Fall geben. Allerdings. Ähm, aber... Ich, ich bin mir, ich bin mir nicht hundert Prozent sicher. Also, die Info, die Superbody jetzt ausgepackt hat, hab ich auch gehört, dass es genauso sein soll. Aber der Punkt ist, wenn wir das jetzt einfach mal so durchspinnen, es wäre so, dass halt wirklich erst gerendert wird, wenn's wirklich relevant ist. Klar, wenn du ein Skill nach vorne schickst wie den Pfeil, der kann ja auch als Spielermodel zählen und deswegen werden die Leute sichtbar. Ähm, aber das kann ja auch nur begrenzt funktionieren. Bist du auf einem Spot, gibt's natürlich immer noch die Möglichkeit, dass die Leute, äh, vielleicht sich da einen Vorteil erschleichen oder gerade an der Ecke, dass der Spieler vorher rausploppt und so weiter. Aber es macht auf taktischer Ebene natürlich schon einen großen Unterschied, wenn du vorher diese ganzen Informationen nicht hast, als Cheater. Gehen wir davon aus, dass wirklich Leute... Übrigens, es kommen grad die ganzen Follows reißen. Der Superlette zum Follow Sound lustigerweise gerade nicht abschalten kann. Ich hab's wirklich versucht, Leute. Ähm, bitte dahingehend nicht verwirrt sein. Das wird beim nächsten Mal sicherlich ausgeschaltet sein. Entschuldigung bitte, dass ich dich unterbrochen habe. Alles gut. Und, äh, dementsprechend ist einfach noch da herauszustellen, wie das Ganze funktioniert. Und vor allem die Serverdaten gibt's ja immer, wenn du da irgendwo injecten kannst oder was abgreifen kannst. Also, es ist aber trotzdem schön, diesen Ansatz zu sehen. Sie machen sich sehr viele Gedanken darüber. Und, äh, ja, da müssen wir einfach dann abwarten. Leider sind First-Person-Shooter sehr, sehr cheat-anfällig, weil man da einfach sich sehr viele Vorteile herausspielen kann. Und das muss man dann wirklich abwarten, wie es funktioniert. Ich glaube, das ist halt auch eine Frage von... Also, wie das Spiel programmiert ist. Ich glaube, wenn halt bei der ersten Linie des Codes quasi schon daran gedacht wurde, Cheats zu minimieren, so, das ist halt schon mal ein sehr, sehr großer Schritt. Und da kann man halt auch wieder den Vergleich zu League of Legends ziehen. Ähm, auch da muss man sagen, gibt's... Klar, du meinst schon, ähm, First-Person-Shooter sind ein bisschen anfälliger natürlich. Aber auch in League of Legends gibt's viele Möglichkeiten, sich theoretisch Vorteile zu verschaffen. Und das ist super... Man sieht es trotzdem so wenig. Ja, genau, genau. Es passiert super, super selten. Ähm, von daher ist da Riot schon sehr aktiv gegen. Und das alleine... Also, allein, dass sie halt aktiv dagegen vorgehen und halt aktiv sich auch den Kopf zerbrechen, wie sie das minimieren können, ist halt schon mal ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt, denke ich. Also, ich wage jetzt einfach mal eine These aufzustellen, obwohl ich das Spiel bis dato, muss ich dabei sagen, noch nicht selber gespielt habe. Ich glaube schon, dass Riot das Spiel, so wie es den Eindruck nach draußen macht, von Anfang an so konzipiert habe zu sagen, alles klar, wir haben einen Plan davon, wir wollen das irgendwo in diese kompetitive Ebene schieben. Sonst hätten sie es nicht so gemacht, wie es momentan ist. Und ich glaube auch... Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Riot so klug ist oder den Vertrauensvorschuss nach den letzten zehn Jahren irgendwo verdient, dass man sagen kann, die sind nicht so blöd und wir haben ein wahnsinnig tolles Anti-Cheat, ich nenne es in Anführungsstrichen System bei einem League of Legends und würden das für einen Shooter, wobei es bei Shootern halt viel, viel auffälliger ist, dass halt gecheatet wird im gesamten Shooter-Kontext, das dann ignorieren. Ich glaube schon, die werden da von Anfang an, wie du schon gesagt hast, an der ersten Zeile die Idee haben, bevor wir dann einen Shooter machen, müssen wir uns sicher sein, dass wir es irgendwie so hinbekommen, dass die Leute, die schurmelen, vor der Tür warten. Ja, absolut. Wäre der Hammer. Ist aber super schwer. Bisher, leider Gottes auf der Welt, waren die Cheater mal einen Schritt vor dem Anti-Cheat. Also zumindest bis in den anderen Titeln. Vielleicht. Da sein wird vielleicht. Ist auch aber Rioter ist der Shooter, ne? Ja, gut, gut. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück damit. Ähm, jetzt haben wir eine potenzielle Schwierigkeit, nämlich das Cheaten aufgedeckt. Gibt es noch irgendwelche potenziellen Schwierigkeiten, wo Valorant anstoßen könnte? Also, eben, das haben wir dann schon mal kurz angerissen. Ich denke, was wirklich schwierig ist, ist, dass man die Übersicht gut darstellen kann. Also, das heißt, wenn wir später auf den Execute sind, du wirst natürlich, da wird sich alles akkumulieren. Da werden alle Skills rausgeballert, die es gibt. Es wird Ulti-Runden geben, wo jeder seine Ulti aufgespart hat, und da werden da Synergy rausgeballert des Zorns. Also, ich bin mir sicher, dass da wirklich ein komplettes Explosionsfeld entsteht. Der wichtige Faktor, und da hat man noch gar keine Infos zu, wie gut ist der Observer-Faktor? Also, das ist so wichtig. Das ist so unfassbar wichtig, dass der Observer-Modus, der Spectator-Modus gut ist. Gibt es denn einen Observer-Modus überhaupt in der Beta? Also, es wurde in einem Q&A bei Dr. Lupo gefragt, und da haben sie gesagt, sie wollen einen rausbringen. Ich habe es leider Gottes nicht verstanden, ob es jetzt schon zu Dienstag rauskommt oder zum Release. Aber es soll laut ihnen eine Version des Spectator-Modus vorhanden sein. Aber daran schrauben sie halt noch so. Und das ist super wichtig, dass Utilities farblich angepasst werden. CT und Terror, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie die von Zugriffen alle sind. Aber Angriff und Verteidigung. Dass die Wände eingefärbt sind. Dass die Leute verstehen, was da gerade passiert. Dass auch wirklich, sag ich mal, dass irgendwie optisch gut aufbereitet wird. Das ist etwas, was essentiell ist. Das ist ultimativ wichtig. Und wenn das stimmt und die Übersicht gewahrt werden kann bei einer ultimativen Ulti-Schlacht, dann sehe ich da sehr, sehr große Chancen, dass das kein Problem wird. Oder es wird sich halt entwickeln, und da habe ich halt große Hoffnung, weil Riot so viel Kontakt zur Community und den Spielern hat, dass sie darauf reagieren. Und man vielleicht auch sagt, es gibt eine Skill-Beschränkung für eine gewisse Zeit. Da muss man einfach dann Lösungen finden, man muss es sich angucken. Und ich bin hyped, ich habe Bock. Ich habe richtig Lust, dieses Spiel mit nach vorne zu treiben. Auf den Punkt will ich einmal ganz kurz eingehen. Würde das aktuelle Spectator-System, so wie wir es in Counter-Strike haben, auch für Valorant funktionieren? Im Grunde, ja klar, du kannst alles angucken. Du kannst in die In-Eyes, es gibt schöne viele Infos, das hat es wichtig. Da gab es ja jetzt schon in der In-Eye schon sehr schöne Sachen. Aber grundsätzlich, es müsste, glaube ich, noch ein bisschen separierter sein. Es muss noch ein bisschen expliziter sein, weil es halt diese Utilities und Abilities gibt. Zum Beispiel in CSGO kann ich bis heute nicht verstehen, dass ein Spectator-Modus keine gefärbten Smokes hat. Das wollte ich gerade auch ansprechen, weil das ist ja im Prinzip das Gleiche. Hast du da im Cast tatsächlich manchmal Probleme zu wissen, welches Smoke jetzt von wem ist? Das Gute ist, dadurch, dass ich wirklich selber gespielt habe damals und eigentlich eine sehr gute Übersicht habe, habe ich nicht so große Schwierigkeiten. Aber bei, sage ich mal, Junior-Kollegen und sonstiges merkst du schon, klar. Er hat jetzt keine Ahnung, dass die Smoke von ihm selbst geworfen worden ist oder sonstiges. So wie klug auch manche Smokes geworfen sind und so. Aber ja, es ist sehr schwer und da kann ich auch nicht 100 Prozent, vor allem für den Zuschauer, der kommt rein, sieht da tausend Smokes und denkt sich, ach krass, haben die Cities gute Smokes geworfen. Nein, es ist voll Terror ausgeworfen, super wichtig, um sich selber halt zu maskieren, da gut durchzukommen, den Raum kleiner zu machen und das wird es bedeutend einfacher machen. Die farblichen Kennzeichen haben wir ja, glaube ich, schon, ne, Sola? Bei manchen Space ja, also zum Beispiel bei der Ice-Wall hast du oben so einen roten Schimmer. Mhm. Du hast zum Beispiel bei dem Warhack-File siehst du, wenn es quasi dein eigener ist, es ist so ein blauer Puls, wenn es der Gegner ist, es ist ein roter oder ein gelber Puls, wenn du keine Line of Sight hast. Aber es ist noch nicht bei allen Spels, also gerade zum Beispiel bei Brimstone-Smokes oder bei Jet-Smokes und so weiter. Da war es manchmal ein bisschen auch als Spieler schwierig zu wissen, ist das jetzt die eigene Smoke, ist das jetzt die Gegner-Smoke? Also ich glaube, da muss man noch ein bisschen optimieren natürlich, aber man darf halt nicht vergessen, das Spiel ist halt noch nicht raus, ne? Das sind halt, sag ich mal so, Elemente. Ich glaube, quasi in Photoshop eine Smoke einzufärben, das wird jetzt nicht die Schwierigkeit von Riot sein, wenn sie merken, dass es sinnvoll ist. Ich geh da komplett davon aus, dass genau solche Sachen die ersten Sachen sind, die, wenn sie als Feedback kommen, geändert werden. Aber es ist wichtig, dass es passiert, auf jeden Fall stimme ich dir zu, weil diese ganzen Executes und so weiter, die werden sehr bunt werden oder zumindest sehr voll von Fähigkeiten werden. Und die Ultimates sind auch ein guter Punkt. Also die Ultimates generell sind das, wo ich sage, das sind OP-Fähigkeiten, auf jeden Fall. Ich glaube, dass viele Spieler, die vorher nur das Alpha-Gameplay gesehen haben, dachten, dass jede einzelne Fähigkeit von jedem Agent so ist wie eine Ultimate. Ähm, das wäre natürlich dann schwierig. Ähm, man hat halt selten die Ultimates, das muss man wirklich nochmal hervorheben. Klar, wenn du gut spielst, hast du die häufiger, aber so im Schnitt würde ich sagen, vielleicht so zweimal pro Hälfte hast du eine Ultimate voll. Die Hälfte ist zwölf Runden lang für die Leute, die jetzt gerade haben. Genau, genau. So, aber was Werndum schon meinte, es wird natürlich Runden geben, wenn man sich die Ultimates clever aufsavet, dass man drei, vier Ultimates gut getimt zusammen zündet. Und dann kann es schon ein bisschen crazy werden. Und da bin ich gespannt, wie Riot dagegen vorgehen wird, dass man das trotzdem, dass man da trotzdem die Übersicht behält, ja. Das ist übrigens auch mal an alle Zuschauer da draußen gerade. Bitte, bitte, bitte gebt Riot Feedback, wenn ihr in der Beta-Phase seid. Mit Feedback und Riot war eigentlich immer so, dass sie das Feedback wenigstens aufgenommen haben und dann geguckt haben, was sie damit langfristig umsetzen können. Gebt den Rückmeldungen, nur dann kann man wirklich daran arbeiten. Weil der Input von den Riot Entwicklern, der ist jetzt da drinnen in dem, was wir haben in der Beta. Oder in der geschlossenen Beta. Ihr seid daran maßgeblich beteiligt, wie die Community das aufnimmt. Und das ist, glaub ich, auch ein nächster Punkt, den wir ansprechen definitiv sollten. Nämlich die Community, die so ein Spiel im Endeffekt groß macht. Und Gott sei Dank hab ich euch beide hier, CSGO und League of Legends, zwei Paradebeispiele, dass eine Community über längere Zeit ein Spiel am Leben hält. Was außerhalb des Spiels könnte für Valorant unglaublich wichtig sein, um das am Leben zu halten? Ich glaube, bei Counter-Strike ist sogar der Community-Faktor noch mal größer, oder? Also bei League ist es ja wirklich so, dass Riot doch aktiv quasi Map-Changes macht, jede Season, jede zwei Wochen Patches, neue Champions und dadurch das Spiel am Leben hält. Bei Counter-Strike hab ich das Gefühl, dass das Gameplay ja schon im Kern eigentlich nahezu das Gleiche war seit immer, oder? Also das ist halt, ich glaube bei Counter-Strike ist noch krasser, dass quasi die Community das am Leben hält. Aber ich glaube, außerhalb vom Spiel an sich, natürlich wird der E-Sport da eine zentrale Rolle spielen. Ich glaube, das ist auch der Fokus von Riot, dass du quasi diese ganz klare Connection hast zwischen, wenn du das Spiel aktiv spielst, wenn du das Spiel cool findest, dann wirst du wahrscheinlich auch interessiert für den E-Sport sein. Ich glaube bei Counter-Strike ist auch eine relativ große Schnittmenge, oder? Also wahrscheinlich fast jeder, der das Spiel aktiv spielt, hat auch zumindest irgendein Interesse am E-Sport. Ich glaube bei League of Legends ist es halt so, dadurch, dass das Spiel einfach so riesig ist, gibt es auch viele Leute, die das halt nur casual spielen und gar keinen Bock haben auf E-Sport. Ich weiß nicht, wie das bei Valorant sein wird, weil Valorant halt im Kern halt grundsätzlich halt wirklich, wirklich sehr competitive ausgerichtet ist. Also ich glaube, dass da die Schnittmenge vergleichbarer mit Counter-Strike sein wird. Ja, also CSGO, sie haben den richtigen Schritt gemacht, dass sie den E-Sport mit in den Launcher reingebracht haben, oder halt mit ins Spiel, da einfach auch das Ganze selbst nochmal, sag ich mal, hervorgehoben haben. Auch vor allem mit den Stickern und hier, du hast den Pass und den Pass und damit kannst du halt E-Sport technisch schon mal ein bisschen was abräumen und so. Und vor allem durch Twitch ist da natürlich auch dieser E-Sport-Faktor nochmal größer geworden. Aber es war halt, sag ich mal, das erste relevante E-Sport-Spiel, vor allen Dingen auch in Deutschland. Also da gab es halt nichts anderes außer gut FIFA hat es so noch StarCraft und solche Geschichten. Aber grundsätzlich, klar, dieser Faktor ist extrem wichtig. Also was Communities angeht, das ist immer sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da gehen wirklich Toxic und Toxic kommt zu Ultra-Gasexplosionen. Das könnte schwierig werden und da muss Riot auch, und das weiß ich ja zumindest auch von Freunden, da greifen die auch ziemlich hart durch, was auch BM und Toxizität angeht. Da müssen sie natürlich auch viel tun, also das darf man zum Beispiel auch nicht außer Acht lassen. Ich möchte gerne... Ich wollte noch eine Sache ansprechen, ganz kurz. Weil ich finde, was Riot auch auszeichnet, was man an League so ein bisschen gesehen hat, was man vor allem jetzt aber auch an TFT gesehen hat und was man wahrscheinlich auch dann in Valorant sehen wird, Riot ist sehr, sehr gut darin, quasi sich den Markt anzuschauen, zu sehen, was ist gut und sich quasi von allen Spielen die besten Elemente rauszupicken. Das muss man wirklich sagen, das können die einfach sehr, sehr gut und das meine ich auch überhaupt nicht negativ, so im Gegenteil, sondern am Ende hast du dadurch halt meistens dann einfach ein sehr, sehr poliertes Spiel. Und man muss ja bedenken, jetzt letzte Woche, als wir das spielen konnten, das war das erste Mal, dass die Öffentlichkeit, in Anführungszeichen, das Spiel spielen konnte. Mhm. Und dafür hat's schon einen extrem polierten Eindruck gemacht. Also, es hat sich wirklich schon sehr, sehr poliert angefühlt. Und ich glaube, das wird halt dann mit der Beta und dann, wenn's Release wird, nur noch besser werden. Ich finde das so unglaublich faszinierend, wenn ich das jetzt... Ich seh das immer im Kontrast zu anderen Spiel-Releases, die auch so aus dem Nichts kamen, wie's damals bei Apex der Fall war, wo du auch unglaublich viel Publicity gemacht hast und jetzt aber bei Valorant gesagt wird, es wird wirklich... Jetzt hat keiner irgendeinen Cent dafür bekommen. Es ist der reine Hype, der ums Spiel oder wegen dem Spiel halt geschieht. Ich würd gern einen Kommentar das erste Mal auch aufgreifen, da können wir übrigens auch gleich ein bisschen mehr vom Chat haben, was Dallocard grade geschrieben hat. Ich als CS-Spieler hätte halt einfach gern wirklich frischen Wind. Wir bekommen als CS-Go-Spieler nichts Halbes und nichts Ganzes. Viel Kosmetisches und Casual-Gameplay-Updates, kaum was fürs Ranked. Sola, Riot an sich, du hast es vorhin schon einmal gesagt, deswegen ist dieser Kommentar, glaub ich, auch so passend. Riot schafft es seit Jahren, alle zwei Wochen einen neuen Pad, auf jeden Fall innerhalb der Season, aufzuspielen. War das bis dato immer von Erfolg gesegnet, diese Taktik? Glaubst du, das werden wir mit Valorant auch bekommen in einem Shooter? Hm, es ist schwierig zu sagen so. Also, ich glaube, dass das in Valorant wahrscheinlich gar nicht nötig ist. Also, dadurch, dass halt das Gunplay der Fokus ist, lebt es halt auch davon, dass es quasi irgendwo dann sich einebnet, dass es quasi balanced ist. So, ich glaube, an den Waffen wird wahrscheinlich natürlich am Anfang noch viel geschraubt werden und hin und wieder mal. Es ist halt die Frage, es gibt halt immer zwei Arten von Patches. Man merkt es immer ganz krass bei Riot. Es gibt Patches, die quasi dafür da sind, Problem-Champions irgendwie zu lösen. Die sind grad zu stark, die werden genervt. Es gibt aber auch Patches, die bewusst die Meta brechen, damit das Spiel quasi interessant und neu wird. Und das stößt manchmal ein bisschen sauer auf. So, Changes sind halt irgendwie immer komisch, ne? Wenn man sich eingespielt hat, denkt man sich immer, ja, lass mal lieber so, wie es ist. Aber auf lange Sicht hin muss man sagen, dass diese ganze Veränderung... Ich hab immer das Kalista wieder spielbar und du denkst ja, warum? Ja, zum Beispiel. Ja, Kalista ist ganz schlimm. Die sollte bitte gelöscht werden. Aber diese Changes, die quasi das Spiel grundlegend ändern und nicht nur mal plus fünf Schaden, minus fünf Schaden sind, die sind, glaub ich, das Entscheidende, was League of Legends so lange am Leben gehalten wird. Aber ich weiß nicht, ob Valorant das wirklich brauchen wird, um ehrlich zu sein. Du hast grad von metabrechenden Patches gesprochen. Metabrechender Patch, CSO als Vergleich, Revolver 2016, 2017. Vielleicht, Wendem, kannst du uns da mal ganz kurz updaten, was ist da passiert? Warum war es so scheiße und warum kann das einen Shooter eventuell total aus dem Gleichgewicht bringen? Ja, und da ist auch der Punkt, was ich jetzt erst mal noch ansprechen möchte. In League of Legends gibt's halt auch einfach genug zu patchen. Da hast du 50.000 verschiedene Abilities, 50 verschauten, 50.000 verschiedene Helden. Da kannst du überall mal ein bisschen drehen, adjustieren, machen und so weiter. Und auf E-Sport-Ebene und auch bei den In-Deft-Spielern, sag ich mal, macht das einen sehr, sehr großen Unterschied. In CSGO hast du eine Basis, die ist sehr, sehr ausbalanciert und das ist sehr schwierig, da wirklich etwas Neues zu machen. Und er hat's gerade angesprochen, metabrechende Patches da rauszuhauen, ist wirklich ein ganz, ganz großer Faktor. Und da muss man sich halt auch erst mal trauen. Und gerade bei so einem funktionierenden System wie CSGO ist das halt extrem schwierig. Der Revolver war damals ein neuer Versuch, eine neue Waffe. Mit One-Shot-Potenzial. Aber das war halt komplett broke. Haben sie selber gemerkt, dass das kompletter Unsinn ist. Hat das ganze Spiel auf den Kopf gestellt und es hat einfach nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. Das war einfach unsinnig. Das war einfach Unsinn. Also das ist so, als wenn du sagst, okay, wir haben eine AWP in der Pistol und die sollte dann ausgespielt werden. Das war einfach nicht durchdacht. Da wollte man, glaub ich, so ein bisschen eher die PR-Schiene machen. Okay. Drei Punkte werde ich gerne noch, bevor wir ein, zwei Zuschauerfragen nehmen. Auf der einen Seite vom E-Sport-Preisträger 2019, 2020. Sehr, sehr wichtig. Das muss man hier nochmal hervorheben. Hier ein Schuss ins Blaue. Phase 1, Valorant bedient sich beim größten Taktik-Shooter und etabliert sich im FPS-Markt. Phase 2 ist die Spielerbasis gefestigt, bestreitet man neue Wege, baut Helden, Fähigkeiten und so weiter aus und schafft etwas Eigenes, um sich anschließend abzugrenzen und seine Spieler weiterzuentwickeln. Interessanter Punkt, den man, glaub ich, erstmal so stehen lassen kann an der Stelle. Sola, vielleicht an dich nochmal, weil du das Spiel gespielt hast, bevor wir zu den Zuschauernfragen kommen. Die Maps an sich, wir haben dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel, ich glaub vier aktuell oder drei, zwei waren spielbar, ne? Zwei waren spielbar, aber vier sollen jetzt in der Beta-Spielbar sein, glaub ich. Ja, hab ich auch gehört. Aber du hast auf einer Map drei Bombenplätze oder drei Spike-Plätze anstatt zwei. Wie verändert sich für dich dahingehend das Spielgefühl zwischen diesen beiden Möglichkeiten? Zwei Bombenplätze und drei Bombenplätze? Macht's keinen Unterschied oder fühlen sich die Maps dadurch massiv anders an? Riot hatte auch selber quasi in der Präsentation angesprochen, dass das genau jetzt hier mit den Maps ist. Sie wollen nicht irgendwie zehn, fünfzehn Maps rausballern, die sich alle gleich anfühlen, sondern sie wollen, dass quasi jede Map wirklich sich sehr einzigartig anfühlt und komplett anders zu spielen ist und das merkt man auch auf jeden Fall. Also definitiv, so die Map mit den drei Spots, die wirkt deutlich schneller, gerade weil halt, also da war der Gedanke, wenn ich mich recht erinnere, sozusagen, was ist, wenn, also eine Mitte ist ja in jeder Map wichtig so, ne? Häufig ist halt die Mitte-Control die Ausgangslage, um dann halt irgendwie die Map zu kontrollieren. Und da hat sie sich bei der Map die Frage gestellt, was ist, wenn die Mitte so wichtig ist, dass sie sogar ein eigener Spot ist? So. Und, äh, solche Gedanken haben sie dann halt häufiger bei diesen verschiedenen Maps, denke ich mal. Ähm, merkt man schon, klar. Also die Maps spielen sich definitiv, äh, anders und, ähm, das wird dann halt zu sehen sein, wie gut das gebalanced ist. Ein Beispiel jetzt bei der Map ist, wo es drei Spots zum Beispiel gibt. Das war Haven, oder? Ist das korrekt? Ich bin mir bei dem Namen, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher, aber ich glaube es war Haven, ja. Ähm, da ist es so, dass du ja durch diese blauen Wände in der By-Phase kannst du ja schon relativ weit nach vorne laufen. Und direkt, wenn die Map losgeht, wenn das Game losgeht, hast du quasi in der Theorie nach zwei, drei Sekunden Laufen schon Feuergefechte. So, und, und, da ist es halt so, wenn du einen guten Rush exekutest in der Mitte, kannst du nach fünf Sekunden auf dem Bomb platt sein und die Bombe planen. So, das ist möglich und das verändert das Spiel natürlich schon grundlegend. Die Runden sind auch nicht besser als CSGO, ne? Wenn ich das richtig so glaube ich. Die fühlen sich, ja, ich glaube sie sind auch 1,30, aber fühlt sich tatsächlich etwas schneller an, ja. Äh, aber es liegt natürlich auch daran, dass halt einfach alles, dadurch dass halt das Spiel neu ist, will halt jeder ein bisschen aggressiver spielen, ein bisschen, äh, die Grenzen testen. Und, ähm, da ist es aber zum Beispiel so, das hatten die schon ganz gut gemacht. So, ja, die Mitte ist wichtig und ja, die, äh, Angreifer können theoretisch sehr, sehr schnell Mitte einnehmen, sofort Bombe planten. Aber dafür vom, vom, vom Spawn her haben die Defender die deutlich bessere Ausgangslage, ähm, um die Mitte zu verteidigen. Ich würde das zum Beispiel mit, mit das 2 vergleichen. So, nur umgekehrt. Bei das 2 ist es ja so, die Tees können vom Spawn aus direkt die Mitte abaimen. Mhm. Und so ist es zum Beispiel bei Haven auch für die Defender. So, die Defender können vom Spawn aus direkt quasi die Mitte kontrollieren und dann liegt's halt an den Attackern, das irgendwie mit guter Utility und was auch immer, oder halt purem Aim, wie auch immer, äh, zu denyen. Also, ich, ich glaube schon, dass das grundlegend Unterschiede dann geben wird auf der Map und die sich sehr, sehr anders spielen werden. Gerade zum Beispiel die Map mit den Teleportern, die, äh, spielt sich deutlich langsamer. Ähm, da hast du eben, du hast natürlich auch die Möglichkeit relativ schnell auf die Spots zu kommen, aber da hast du definitiv etwas anderes Gameplay und ich bin gespannt, wie das bei den anderen beiden Maps dann sein wird. Dein Gefühl, welche Map hast du lieber gespielt? Oh, schwierig. Mir haben beide Maps Spaß gemacht, ähm, ich glaube, mir hat die Map mit den Teleportern ein bisschen besser gefallen. Jetzt kommen wir, das wäre der nächste Punkt gewesen, es gibt ja Teleporter dabei. Kannst du vielleicht das noch ein bisschen erläutern für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben? Ja, also, die Map ist quasi ein bisschen größer und hat zwei Spots und keine wirkliche Mitte, so. Also, es gibt keinen zentralen Punkt, wo du Zugang auf beiden Spots hast, sondern es gibt quasi so zwei kleine Mitten für beide Spots. Und, äh, auf beiden Seiten der Karte ganz außen Teleporter, die kannst du benutzen, um dich quasi auf die andere Seite der Karte zu teleportieren. Aber die sind One-Way, ne? Genau, die sind One-Way, die Teleporter, und die machen einen doch sehr, sehr lauten Sound. Also, man hört auf jeden Fall, wenn sich jemand da reinschleicht. Und, ähm, du hast quasi, wenn du in den Teleporter reingesteppt bist, auch so einen kleinen, so einen kleinen Raum mit so einer Tür, die sich erst öffnet, wenn du ransteppst. Also, es ist nicht so, als ob du dich teleportieren kannst und dann sofort einen besseren Spot hast und alles up-aimen kannst und outplayen kannst, sondern die Gegner haben auch ein klares... Audiovisuelles, äh, Zeichen, wenn du den Teleporter nutzt. Und dann auch nochmal so eine Sekunde Zeit, sich wirklich aktiv darauf vorzubereiten, bevor sie da den Headshot kassieren. Jetzt haben wir ja ganz kurz die Map angerissen dabei. Wir haben das E-Sport und Casual-Ding so ein bisschen angerissen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu sagen, liebe Freunde. Übrigens der Podcast, der auch wirklich wöchentlich stattfinden soll. Nichtsdestotrotz, ähm, manche Leute müssen heute noch Leute zur LEC fahren. Aber ich... Aber ich würde gerne zum Abschluss von euch wissen. Gibt es Sachen von dem, was er bis dato gesehen hat, die ihr euch zu Valorant noch wünschen würdet? Ob es Waffen sind, ob es Merchandise ist oder ob es einfach nur eine Geschichte ist, die man um die Charakter, äh, erzählt. Fähigkeiten. Haut raus. Und auch in den Chat sehr gerne gerade. Das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Faktor. Lore, äh, hast du zum Beispiel bei Counter-Strike gar nicht. Das ist komplett raus, ne? Äh, die Sache ist, äh, lenkt es quasi vom Wesentlichen ab oder lockt es einfach Spieler noch mehr an, wenn Storys drum gebildet werden? Ich denke, das Zweitere. Und, äh, dann lockst du die Leute halt auch eher mal zu dem Schritt, dass man sagt, ey, guck dir das doch mal auch E-Sport-technisch an, was dein Charakter da so abreißen kann und so. Also, Lore ist auf jeden Fall ein entscheidender Faktor. Aber grundsätzlich, was ich mir wünsche, ist eine schnelle Reaktion, einen sehr guten und kritischen Blick. Vor allen Dingen auch die Competitive-Ebene. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und halt, wie schon angesprochen, dieser, äh, Observer-Mode. Der muss Bombe sein. Und dann bin ich, äh, Fulltime-Yolo und wird nichts anderes geben. Ja, ich glaube, mit dem Lore-Faktor ist auch, also, in League of Legends finde ich das auch gut vergleichbar, so. Du kannst, also, du musst dich nicht dafür interessieren, so. Es kann dir völlig Rain sein. Aber es ist halt nochmal so ein nettes Extra-Element für Leute, die es halt cool finden. Es ist halt optional, hat keinen Einfluss aufs Gameplay, aber ist halt nice to have, denke ich. Dankeschön. Und, äh, ich überleg grad, was ich noch hinzufügen könnte. Also, ich muss sagen, ein, ein Kritikpunkt tatsächlich. Wir haben ja jetzt bisher das Spiel nur in den Himmel gelobt und muss man auch. Ja. Es ist fucking insane, das Spiel schon jetzt. Hat super viel Bock gemacht. Ähm, ich fand tatsächlich die Steps ein bisschen, bisschen schwierig rauszuhören, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Ich hab bis dato immer gehört, das Sound-System wäre, also, der Sound wäre richtig gut. Aber erzähl weiter. Warum? Also, es ist gut in der Hinsicht, dass du Steps laut und klar hören kannst. Vielleicht liegt's auch an mir. Aber ich hab mit manchen Leuten geredet, ein paar Leute haben mir da zugestimmt, ein paar Leute haben mir nicht zugestimmt. Ähm, ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme damit, äh, die Gegner zu spotten. Es hat sich dann natürlich mit der Dauer des Spiels ein bisschen eingepegelt, so. Na klar, ist halt Gewöhnungssache. Aber manchmal war ich mir jetzt nicht sicher, ist der jetzt vorne links oder hinten links? Mhm. Also, das fand ich ein bisschen, bisschen schwierig. Aber das ist legit der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Und wenn das der einzige Kritikpunkt ist, ich glaub, dann hat man schon eine sehr, sehr gute Grundlage gelegt. Also, wenn ich Warzone die letzte Zeit gespielt habe und da die Steps habe... Ja, hör auf, ey. Hör auf. Ich hab auch eher positiv gehört, also, um da auch nochmal gegenzuwirken. Also, ich hab auch eher positiv gehört, dass die Steps sehr gut kalibisierbar sind. Aber es kann auch, wie gesagt, vielleicht war es auch eine andere Einstellung bei anderen Leuten oder wie auch immer. Man weiß es halt nicht hundertprozentig. Was ich halt... Da habt ihr jetzt gerade eben drüber gesprochen, als ich kurz abtreten musste. Für mich das Einzige, was ich... Wirklich das Allereinzige, was ich kritisch betrachte, sind wirklich diese Blue Walls. Dieses schnelle Aufeinandertreffen, wie halt auf das 2 hast du es beschrieben. Da kann man auch ein sehr schnelles Duell suchen. Das hat für mich am Anfang ein bisschen befremdlich gewirkt. Aber man ist ja nicht verpflichtet dazu, das zu machen. Jetzt, wie Sola es angesprochen hat, jeder wollte testen, jeder ballert genau an der Stelle, wo man Gegner vermutet, alle Abilities raus. Und ich denke, das wird wirklich sau interessant, wenn sich zwei professionelle Teams gegenüberstehen. Und wie das passieren wird, das ist echt... Boah, ich bin jetzt schon Gänsehaut, ehrlich. Man muss auch zu den Blue Walls nochmal sagen, dass es eigentlich immer quasi ein Team gibt, was den Vorteil hat bei diesen direkten Duellen. So, also du hast immer quasi, nochmal das Vergleich bei Haven in der Mitte, die Defender, die quasi theoretisch up-aimen können. So, das heißt, ob du wirklich das Duell suchst, hängt halt stark davon ab. Ich habe gerade einen kleinen Snack geschickt. Das ist nett. Klasse. Es hängt halt super stark davon ab, welche Seite du hast. Und es ist, glaube ich, mehr ein Mittel, um... Also ich persönlich fand es auch am Anfang weird, weil halt alle gerusht haben. Aber mit der Zeit hat es sich tatsächlich sehr, sehr gut angefühlt, weil du halt diese By-Face... Du kannst übrigens auch überall kaufen so. Also du musst nicht in der Base bleiben, um zu kaufen. Fand ich auch sehr nice. Warte, man kann überall kaufen bis zu den blauen Wänden. Genau. Und wenn halt die By-Face vorbei ist, ist die By-Face vorbei, dann kannst du nichts mehr kaufen. Aber das fand ich tatsächlich auch ziemlich nice. Ja. Und es hat sich am Ende sogar ziemlich gut angefühlt, weil du halt dann schon ein bisschen... Du kannst halt eine bessere Aufstellung haben. Also man muss sich das quasi so... Ich würde es jetzt mit Counter-Strike nochmal vergleichen, so vorstellen, dass du in der By-Face quasi dich schon auf B stellen kannst als CD. Und schon mal überlegen kannst, wie willst du... Wie willst du dich positionieren, so. Also ich muss sagen, ich finde das tatsächlich... Ich finde das tatsächlich gut, weil du halt, ähm... Ein bisschen weniger Rush-anfällig vielleicht auch bist. Genau das, ja. Und das macht's halt... Ich fand, das war ein positiver Aspekt tatsächlich. Aber es war am Anfang sehr gewinnungsbedürftig, da stimme ich dir zu. Die Spawn-Komponente fällt halt weg, so. Du hast nicht dieses Spawns, dass du die nutzen kannst, um einen gespissenen Bereich sehr schnell anzuspielen, so. Wie findest du das das, was... Also würdest du sagen, das ist was, was du positiv empfindest bei Counter-Strike? Von wegen, okay, der hat jetzt Top-Spawn, der muss jetzt A-Lang spielen, oder...? Es ist ein Element, was überraschen kann. Und im wahrsten Sinne des Wortes, überraschen kann. Und das ist etwas, wenn das natürlich wegfällt, ist schwierig. Aber das ist einfach ein neues Spielprinzip, da muss man gucken. Das By-System finde ich übrigens auch herausragend. Und eine Sache, die haben wir ganz vergessen, sind die Globes. Und ich finde diese Ulti-Globes... Die Fähigkeits-Globes, ja. Das ist ultimativ wichtig. Wenn du später eine Eco hast, gehst du vielleicht mehr auf Globe und weniger auf Runde. Aber da gibt's zum Beispiel von Trilux schon einen sehr guten Ansatz. Es gibt eine Map, da hast du als, glaube ich, verteidigendes Team immer einen absoluten Globe-Vorteil. Weil du setzt einfach eine Smoke an den Eingang, nimmst dir den Globe und der Gegner hat einfach keine Chance dagegen zu halten. Da muss zum Beispiel Riot direkt reagieren und sehen, alles klar, super Ansatz, müssen wir uns angucken. Aber die Globes sind neben Missionen, in Anführungszeichen, im Spiel. Was mich persönlich auch aus Caster-technischer und spielerischer Sicht finde ich super interessant. Wenn du dann einen Charakter immer wieder an der Position spielst, weil das Globe-lastig ist. Das wird sowieso eine Sache. Maps und Charaktere, Synergy dafür finden. Was ist gut? Welche Position spielst du wo mit? Zum Beispiel ein Healer sollte in der Mitte stehen. Der sollte zu beiden Seiten gute Möglichkeit haben, etwas zu machen. Oder ist halt vielleicht eine Position wichtiger, die zu wallen, anstatt den Heal für beide Seiten möglich zu haben. Das wird geil, Alter. Und da kannst du halt auch als, sag ich mal, als Caster glänzen. Das ist natürlich auch irgendwie die Perspektive, die ich möchte, dass man sich da halt hineinfuchsen kann. Liebe Freunde, liebe Riot-Mitarbeiter, ihr habt hier gerade sehr, sehr viel konstruktives Feedback gerade bekommen. Setzt das ein bisschen um, dann ist der Venom glücklich, dann ist der Solar glücklich und dann bin ich auch glücklich. Wir könnten natürlich jetzt noch stundenlang weiterreden. Zusammengefasst heißt das, es muss ein lebendiges Spiel sein, wo viel auf Feedback geantwortet wird, aber auch wo viel Feedback gegeben wird von euch. Darf ich noch einen letzten Satz hervorbringen? Sehr gerne. Und zwar auch bei den Globes, aber generell muss ich sagen, dass alles, was bisher im Spiel ist, alle Fähigkeiten, alle Elemente, alles hat Counterplay. Es ist nicht so, dass du dir denkst, ich konnte jetzt hier gerade nichts machen. Wirklich jede Fähigkeit hat in irgendeiner Form ein Counterplay. Selbst bei den Globes, klar, da hat das eine Team vielleicht den Vorteil. Walt weg, holt sich den Globe, du musst aber stehen bleiben, um den Globe einzunehmen. Das heißt, es kann auch sein, dass du eine Molly ins Gesicht kriegst und 50 AP verlierst. Also das, auch zum Beispiel der Wallhack-File, du siehst, wo er hinfliegt, du kannst ihn mit einem Schuss töten, du musst nur Line of Side brechen. Alles hat wirklich entweder Delay, sodass du reagieren kannst, oder du wirst visuell quasi informiert, bevor du ins Gesicht bekommst. Alles hat wirklich schon jetzt, finde ich, ein relativ faires Counterplay. Und das ist auch wichtig, damit sich eben genau diese Fähigkeiten nicht overpowerend anfühlen und es eben nicht doch 50% Overwatch wird. Okay, 50% Overwatch wird es definitiv nicht, das haben wir schon aus dem Ziel gestellt. Danke erstmal für das ganze Feedback, liebe Freunde. Und wie gesagt, Riot, konstruktives Feedback habt ihr jetzt genug gehabt. Leute, wenn ihr die Beta-Zugänge schon habt, dann bitte, bitte, bitte gebt den Leuten Feedback, sodass sie an dem Spiel, was wir hoffentlich alle lieben werden, arbeiten können. Zusammengefasst, lebendiges Spiel, easy to learn, hard to master, aber beim Mastern werdet ihr ziemlich viel Spaß haben wahrscheinlich. Sola, Venom, ich kann mich nur bedanken, dass ihr, besonders Venom, auch so kurzfristig heute zur Verfügung standet. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Ich kann mich nur bedanken bei allen Zuschauern, die heute dabei sind. Die Follower-Sounds werden das nächste Mal rausgemacht. Wir werden das wöchentlich jetzt machen, mal gucken, wann wir das nächste Mal machen. Ich suche auch sehr, sehr gerne Gäste, die das vielleicht von einer professionellen Ebene beleuchten können oder eventuell, die bei den ersten Spieltests schon etwas länger dabei sind. Schreibt mir sehr, sehr gerne bei Twitter eine PN oder auch gerne hier bei Twitch dabei. Das Ganze zusammengefasst wird auch nochmal auf YouTube dann hochgeladen mit den wichtigsten Inhalten. Jungs, euch wie gesagt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns in einer späteren Folge nochmal oder wir sehen uns spätestens an E-Game. Hoffentlich. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschö. Liebe Zuschauer, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, das ist ja der Endscreen, ich habe ja ganz viel vorbereitet. Ja. Chnein. Chnein. Train. Na. Check & SchANA.